Also nicht nur Living Flame, Living Flame wird ja immer mal wieder geblockt, weil hier Allianz so viel ist, aber es sind ja nicht nur so viele Allis auf Living Flame, ich habe es für jeder Server, ist so stark Alli dominant, also ich habe von mehreren Servern schon gehört, dass Allianz immer geblockt wird, ich habe noch nie gehört, dass Horde geblockt wird, also ich glaube gerade durch Paladin ist SUD einfach so dominiert von den Allis, holy moly.